da sind wir wieder wir machen noch ein bisschen genau und versuchen das hier noch erst mal auf den blog da drauf kommen er gehen nicht alle blöcke doch ich hab's geschafft ich war fast ganz hinten warte mal geht das mit diesen jeden zweiten jahre nach wenn man dann zu blöd abspringt leider nicht jetzt treffe ich die auf einmal nicht mehr junge junge habe ich hängen geblieben an der wand scheiter scheiter man darf nicht an die wand springen da bleibst du sofort hängen und bist langsamer und auch nicht zu hektisch sein und noch mit ruhe jetzt aber ein bisschen ruckelt das ist dann voll schwierig ich bin nicht an der wand hängen geblieben jetzt das gibt es nicht wie soll man das denn schaffen wenn man den letzten zu stellen ja nein genau genau das habe ich auch gerade gab er das habe ich auch gerade gedacht zweimal schon ich so hä ich habe es geschafft dann auf einmal oder wenn die blöcke zu schnell rauskommen und springst dagegen verlierst du auch sofort die deine geschwindigkeit ja oder wenn man hier kacke frames hat wenn er überhaupt mal sprinten würde aber meine hände sind so schwitzig wie apfelmus wie soll das funktionieren bitte das gibt's doch nicht immer beim letzten genau beim letzten die anderen gehen äh das ist alles wie gesagt was anderes man muss es auch gut abschätzen können wann er ungefähr rauskommt dass man sofort ich habe es geschafft echt so sprünge schaffst du dann wieder ne das ist ganz komisch ja weil ich finde es immer so eintönig darum schaffe ich das nicht weil ich dann mich so langweile manchmal wo ich dann denke boi ja ich habe es auch geschafft so jetzt müssen wir mal gucken in der teleportstation oder if you play chrono go hier ja wir spielen doch immer da hallo hallo ich mach mal teleport oder bei den einen warte mal geh du mal in den anderen nö warte mal steht denn hier auch ein bisschen mal so fehler hier ey nö warte mal steht da erstens in der jange erstens in der redstone zweitens near the plaza ja trotzdem müssen doch die dinger hier funktionieren wo sollte man jetzt von hier hin wie hieß nochmal die eine menschen wie hieß die äh haunted menschen boah kannst du lange suchen bestimmt warte mal geht die teleportstation hier auch nicht die gehen alle nicht ne oder ist das das hier schon jo 63 oder nicht ne das ist 66 ja 64 bräuchten wir jetzt mal ne level 66 dahin das ist 66 hä hier ist 64 wo wo ist er denn aber hier oben habe ich doch schon aufgemacht die tür wo ist er denn die war offen wie 63 war das letzte level was wir jetzt gerade gemacht haben ich glaube schon oder 64 warte mal hier sind die redstone dinger haben die hier keine verbindung ja die sind stelle ich mal auf den teleporter warte erstmal kurz wo war das ich glaube die wand durch da mal gucken alles leuchtet aber warte mal da ist ein raum wo ich jetzt nicht durch kann ha ha warte bleibt mal noch bin ich doof und ne keine ahnung beutritt noch mal drauf jetzt bin ich im anderen raum mit ganz viel redstone jetzt leuchtet da ist eine redstone spur die führt einen ganz langen weg bis hier hin und was ist hier jetzt sie irgendwas hier ist ja gar nichts alle dafür zu weiter bis hierhin wenn ich wieder in den raum und hier endet nein schweiß nur kurzen knopf da endet es aber hier ist nichts tagdings gibt es auch nicht keine ahnung ehrlich gesagt weiß ich nicht ja aber wie was war das denn für eine nummer gerade gewesen die letzte map die wir gemacht haben 61 war das anfangs ding mit den redstone ja und hier oben ist 64 das haben aber auch schon gemacht 64 genau das waren die dinger wo man nach oben hier musste sagt dann gehen wir runter ins wasser dann haben wir hier den checkpoint hier ist dann einfach nur der checkpoint genau und hier geht es dann weiter zack 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 und dann war es das also 64 jetzt müssen wir 65 was da freunden 65 hier 66 wo ist dann 65 bitte oder war das 65 das letzte grad ne ne 64 ja gut 65 wenn man ja gut klar ist es das bestimmt hier und menschen 66 für es ist denn hier hier gibt es mehrere wäre scheint wurde ja gut sollen wir das beim nächsten mal machen erst mal gucken ob das hier überhaupt machbar ist also machbar ist es sehr bestimmt hier gibt es sogar checkpoints diesmal haben sie ja zugelernt scheint wohl so ne geht auf jeden fall schnick aus grad ne gut dann machen wir mit den bäumen dann weiter jetzt kommen wieder runter also ich jetzt habe ich gerade da okay okay na gut dann machen wir beim nächsten mal weiter mit minecraft adventure web mit big mana und dingo viva bis zum nächsten mal tschüss tschüss